Bitte sagt mich, kann das kleine Kind schlagen. Scheisspielen. Genau das habe ich gesucht, aber... Scheisspielen. Noch mehr Gold. Und Kohle. Holy shit, das merkt der Kleider, ich hab's auch. Oh mein Gott, ich höre Schleims. Shit. Oh Gott, da ist er, da ist er. Haha, Hilfe, ich habe keine Waffe. Ich werde so sterben. Äh, stirb. Es gibt keine Schwimmanimation, du läufst durchs Wasser. Wirklich? Noch mehr Schleim. Auf einer Insel, die haben sich bei der Insel nicht gedacht, dass man ins Wasser geht. Okay, wir machen ein Spiel, auf dem man auf einer Insel ist. Was brauchen wir? Tote. Oh Gott, ein Schleim. Oh Gott, ein Schleim. Und dann, wo man lang übers Wasser rennen kann. Das ist echt interessant. Ich weiß nicht, aber dieses passt grad nicht zu ne Höhle. Ich schalte mal weiter. Das passt eigentlich auch nicht zu ne Höhle. Ich glaube, ich lasse das einfach, ich habe keine Höhlenplanist. Ja. Wie kannst du nur? Ja, ich werde jetzt als erstes mal vermutlich, äh, wie mache ich das jetzt? Ich brauche eine Eisenspitzsacke. Ich werde jetzt einen Ofen machen, eine Kiste machen und dann hier unten die ganze Höhle erstmal auseinander nehmen, aber dafür die Monster anschalten. Das klingt doch nach einem Konzept, oder? Ahhhh. Wow. Oh Gott, ein Schleim. Wieso sind hier... Noch ein Schleim? Sag mal. Wieso sind hier überall Schleime? Wozu muss ich denn die Monster anschalten, wenn auf Peacefit hier die ganze Zeit Slime spawnen? Meine Güte. Oh, warte. Peace... Also, Peaceful Auswahl ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich habe kein Essen dabei. Hm. Simsel, ich habe ein Problem. Welches denn? Ich würde ganz gerne nicht auf Peaceful durch diese Höhle gehen, aber ich habe kein Essen dabei. Oh, schön, ich habe eine Kokosnussleule. Okay. Dann gib dir jetzt Gelie, Holly. Du musst die Kokosnussgelie geben, damit er was zu essen hat. Hier, Opa, nimm die. Als ob, als ob, muss ich die dir jetzt wirklich. Hm. Äh. Jetzt liegt meine... Okay, ich dachte, ich habe jetzt meine Kokosnuss zu führen. Holly 18 schenkt in seiner Freizeit gerne Kokosnüsse an alte Opis. Jaja, natürlich. Oh, 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 oh. Wo, oh, oh, oh. Wo, oh, oh, oh. No, oh, oh, oh. Kann man denn schnell nicht hüpfen? Hier ist einfach ein riesiges Loch. Oh. Meine Quest ist, eine Kokosnuss zu finden, aber ich habe meine Kokosnuss gefunden. Diamanten. Ich habe Diamanten... Ich... Ja, doch. Ich habe noch eine Markbench. Okay. Ähm. Ja. Erstmal einen Ofen machen. Ach, Sölle, soll ich denn jetzt mit der Kokosnuss? Kann ich irgendwo meine Questfarbe nachlucken? So, jetzt bauen wir erstmal das Wasser zu. Wir haben hier ein paar Diamanten und auch Eisen. Hier oben ist noch mehr Gold und Redstone und Obsidian Pool. Ich bin an einem Lavasee angekommen. Oh, nein, 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 nein. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache hier. Ich glaube, ich werde sterben. Oh, no, 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 no. Oh, doch, 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 doch. Oh, no, 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 no. Doch, 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 doch. Okay, lassen wir das. Ähm, ja. Schön, Diamanten. Wahrscheinlich sieht es irgendwie so aus, als ob das genau ein einziges Diamant-Erz wäre. Erkennst du das mit deinem Röntgenblick? Ja, klar. Alter, das ist echt nur eins, oder? Puh. Dieses Spiel mobbt mich. Coole Sache. Ein einziger Diamant. Nice. Damit, äh, lässt sich arbeiten. Scheiß auf Cress, ich erlebe jetzt mein eigenes Abenteuer. Puh. Mit dieser Kokosnuss mit und laufe jetzt im Berg hier hoch. So. Kannst du die Kokosnuss denn anpflanzen? Dann wird's vielleicht ein Animal Crossing. Ähm. Na, was ist denn der Junge für ein Dully? Der steht halt neben dem Bauch und haut die ganze Zeit auf den Boden, und dann kommt halt eine Kokosnuss runter. Und bei ihm halt nicht. Der haut die ganze Zeit auf dem Boden, ich konnte auch vorbei, mach das einmal. Und BÄM. Vielleicht ist er halt aber nicht so stark wie du, du darfst ihn nicht diskriminieren. Doch, klar. Ja. 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 Die wollen mich ab. Die wollen mich. Ich hab... Die wollen meine Kokosnuss, Leute, ne? Oh nein. Wer will denn eine Kokosnuss? Was ist los? Ich kapiere nicht. Kann mir immer erklären, warum es in der Alpha so verdammt lange dauert Redstone abzubauen. Dann kann ich mich an die Klippe spüren. Oh, jetzt brauchen wir erstmal mehr Kohle. What up, wieso sind die denn böse? Das geht dann ab. Die wollen nicht bei den Kokosnuss. Ja. Ding kriegt ihr. Ich spring jetzt vom Berg runter. Super. Lemon, das passt einfach mal überhaupt nicht. Okay. Ich spring jetzt mal eine Kokosnuss hin, ja? Ganz entspannt. Und jetzt geht's aufs Maul. Bam. 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 Lemon, das passt immer noch überhaupt nicht. Ich werde eine ganz, eine entspannte Höhlen-Tour in der Nähe von Lava sehen. Ohne Kokosnüsse. Oh, yo. Der Junge will mich töten. Nimm die Kokosnüsse auf, Junge. Über was würdest du dann bevorzugt reden wollen, wenn du gerade eine entspannte Höhlen-Tour in der Nähe von Lava in der Nähe von Lava sehen. Ich bin nicht über Kokosnüsse, sondern andere Online-Spiele. Ich bin mir gerade, um vor den Typen wegzulaufen und auf den Berg gesprungen. Ich habe keinen Schaden. Aber da oben war noch mehr Gold. Genau. Hier war das Wasser. So. 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 Wofür brauchst du jetzt eine Banane? Weißt du, ich versuche nicht verzichte Kokosnussbruch, aber es steht da. Ich höre ein Höhengeräusch. Was ist das eigentlich für ein Zeichen, wenn man in einer Höhle steht, Kohle abbaut und dabei ein Höhengeräusch hört? Vielleicht ist es unter dir noch eine Höhle. Das weiß ich, weil sie in die Lava sehen. Dann weißt du es ja. Aber das ist eigentlich hell. Höhengeräusche kommen doch mal, wenn es dunkel ist. Vielleicht ist da ja noch eine Höhle, wenn du noch nichts weißt. Das wäre beunruhigend. Wir werden nie wieder heimkommen. Schön. Wo geht's hier lang? Ach, hier waren die Slimes. Ist hier noch irgendwelche Erzer? Oh, Kohle. Als ob ich jetzt schneller laufe. Oh, shit. Boah da. Kommt da etwa der Boy? Ja. Bestimmt, bestimmt. So, erstmal klaue ich dem Jungen da, dem kleinen Dolly seine Kokosnuss. Dann gehe ich jetzt wieder zu den Leuten nach da oben. Das ist nice. Zu den Hooligans und provoziere ihn ein bisschen weiter. Mit der Kokosnuss. Denn wir werden was erleben, ne? Dein Leben. Du klaust, du isst Kokosnüsse und nervst dann Hooligans mit denselben Kokosnüsse. Bei Life in a nutshell, ja. Ja. Oh, shit. Man kann Kokosnüsse treten. Ja, easy. Kein Wunder, dass die jeder will. Wow. Man kann Dinge treten. Deshalb will sie jeder. Alles klar. Oh, Kohle. Mir ist sicher, daher kommt auch der Hype von Pokémon Go, weil jeder will die Pokémon treten. Ja. Ich glaube, das resultiert von woanders her, der Hype. Ich glaube nicht, zumindest wenn du Peter zuhörst. Wer ist Peter? Es ist so ne komische Tierschutzorganisation, die vollkommen am durchdrehen ist und... Ja klar, aber die will ja nicht, dass jeder Pokémon treten will, sondern dass man aus Tierschutz, Tierhaltungsgründen keine 3 Meter Viecher in einem 17 cm großen Ball auch bewahren sollte. Hast du schon mal ihr komisches Pokémon-Spiel gesehen? Nein. Guckst dir an? Nein. Dann guckst du nicht an, aber, aber, aber... Die stellen das halt... Die haben halt voll so blutige Pokémon, die scheinbar vollkommen gequält sind, weil ihre Trainer sie halt hauen. Und, und... Ja. Hilfe, wo geht's denn da hin? Boah, jo, wa... Was geht denn jetzt ab? Ja, ich würd ganz gern wissen, wo ich in meine Höhle zurückkomm, wo mein Ofen steht. Das ist falsch. Der Junge hat grad richtig nen Trip geschoben, ne? Ach, hier geht's rein. Okay. Oh, hier ist noch Eisen, das nehmen wir natürlich mit. Hm. So. Cool. Mein Ofen ist auch fällig. Gleich nochmal mehr Eisenbraten. Ich glaub da war Kohle oder sowas. Okay, jetzt wollen die, dass ich ne Banane klau. Und, und die anderen holen ganz Nerven, okay. Also das ganze System mit dem Holz ist irgendwie noch nicht so ganz ausgereift. Man kriegt aus, äh, Birkenholz, Eichenholzbretter raus. Ich glaub, ich glaub ich mach echt nen Video dazu. So schlecht ist das Game gar nicht. 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 Also, doch schon. Das ist ja das Witzige dran. Ach so, das Lustige an Trash Games ist, dass sie schlecht sind? Ja, Spoiler, es ist indeed. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Die Höhle geht weiter, Leute. Redstone. Höhlen-Geräusch. Das Redstone nehm ich mir mal mit. Ich hab halt nicht mal genug Diamanten für ne Diamantspitzhacke gefunden. Das ist schon peinlich. Au. Das ist, äh, Kies, glaub ich. Rubble oder so. Tin, äh, erstmal. Mehr Redstone. Siehst du denn jetzt die scheiß Kokosnuss auf? Tun deine Kokosnuss, ich hab hier ganz andere Probleme. Ah, das ist einfach fast wie in Real Life, ne? Ich will einfach nur ne Bananen und komm mit so Uli gehen und dann will mich abstechen. Was geht in dir ab? Ja, das ist auf jeden Fall sehr realistisch. Hä? Und der hat nicht mal ein Schwert, der hat ne Banane. Wie ist das? Der hat nicht mit ne Banane getötet. Er hat dich mit einer Banane abgestochen. Ja. Mit einer Banane. Ich glaube, dieses Spiel ist sehr logisch aufgebaut. Gut, also das nächste Mal, wenn ich jetzt auf die Straßen gehe, nehm ich eine Banane mit. Der ist irgendwie stärker als ein Messer. Wenn dann jemand einkommen will und deine Bananen haben will. Einfach abstechen, easy. Mit deiner Banane. Ja, so macht man das. Ich stehe auch um eine Leute mit meiner Banane. Das ist sehr biologisch. Ich glaube schon echt, wie die dazu. Darum ist Eisen. Ich kann mir immer erklären, warum ich mich über ein Lavasee baue, anstatt einfach, ähm... Höhen-Geräusch. Anstatt einfach einmal einen Eimer Wasser rüber zu kippen. Ah, ist ja gut. Ehh... Verdammt, da oben ist noch Eisen. Da komme ich aber gerade nicht hin. Oh doch, da komme ich sogar hin. Oh, da muss ich hier in einem... Pass. 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 Das ist nicht so, dass es nicht so gut ist.